Hallo hier bei Radio München. Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. So definiert die Weltgesundheitsorganisation diesen Begriff. Gibt es eine medizinische Behandlung gegen ein gefühltes zu klein, zu arm, zu ungeliebt? Was gibt die Norm her, um krank zu sein? Wann fühlt sich der Mensch in seiner Haut wohl, lebensfähig und glücklich? Wann muss er, wann geht er zum Arzt? Das sind die Fragen, mit denen sich eine Weltgesundheitsorganisation befassen muss. Und das tut sie auch. Sie erschafft ein Codesystem, in dem alle behandlungsfähigen Zustände als Krankheit definiert werden, um sie abrechnen zu können. Man findet diese sogenannten ICD-10-Codes zum Beispiel auf jedem Überweisungsschein. Es gibt übrigens auch einen Code für Menschen, die ungeimpft sind. Sind die krank? Das ist Definitionsmacht. Als weitere Definition für Gesundheit gibt die WHO an, sie sei ein Grundrecht. Der Mensch hat also einen Anspruch an die Gesellschaft, sich vollständig wohlzufühlen? Auf dem Genfer Friedhof der Könige findet sich das Grab des dänischen Arztes und Pneumologen Dr. Halfdan T. Mahler. Er war von 1973 bis 1988 Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO. Auf dem Gedenkstein steht Health for all, all for health. Also Gesundheit für alle und alle für die Gesundheit. Wie entstand diese Weltgesundheitsorganisation WHO und mit welchen ursprünglichen Zielen? Auch darüber macht sich der Psychoneuroimmunologe Prof. Christian Schubert in seinem nachfolgenden Text Gedanken. Prof. Christian Schubert ist Universitätsprofessor an der Universitätsklinik für medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Sprecherin Eva Schmidt Betrachtet man die Geschichte der Weltgesundheitsorganisation, abgekürzt WHO, so gewinnt man den Eindruck, dass die Gründungsväter der WHO allesamt honorige Persönlichkeiten der öffentlichen Gesundheit, die internationale Medizin in durchaus ganzheitlicher Weise in eine menschlichere Zukunft bringen wollten. Die berühmte Definition von Gesundheit, die 1948 zur Gründung der WHO veröffentlicht wurde, lautete dementsprechend, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Einerseits ist der in dieser Formulierung geäußerte Anspruch positiv, ja wirklich innovativ, weil die WHO das Psychische und Soziale in den Begriff Gesundheit integrierte und sie Gesundheit damit aus einer rein biomedizinischen Sichtweise und den engen Bezügen professioneller Krankheitssysteme herauslöste. Dieses Gründerstatement der WHO ist aber auch kritisch zu sehen, da der Begriff vollständig ein Bild von Perfektsein trägt, welches vorgibt, möglich zu sein, aber eigentlich unerreichbar ist. Die berühmte Karotte, der man ständig hinterherjagt, ohne sie jemals zu erhaschen. Eine Vorgabe, die in den Folgejahren kapitalistisch-neoliberaler Entwicklungen durchaus den Kern für gesundheitspolitisch gefährliche Tendenzen birgt. Und so war es dann auch. Anfangs, obwohl auch hier schon von den Interessen der Weltbank geleitet, verfolgte die WHO durchaus eine paradigmatisch wegweisende, biopsychosoziale Richtung. Jedoch kippte diese innere Orientierung in den folgenden Jahrzehnten zunehmend und die WHO entwickelte sich seit den 1980er und 1990er Jahren und dann ganz besonders in den 2000er Jahren in Richtung einer Art gesundheitsfiliale profitorientierter Unternehmungen, zu denen unter anderem Medien, international einflussreiche Stiftungen, NGOs und transnationale Konzerne gehörten. Damit verbunden wurden auf Nachhaltigkeit angelegte soziale Gesundheitsprojekte wie das Primary Health Care Projekt nachgeschaltet. Also kurzfristigen, auf Technologie und Krankheit und damit auf Symptome fokussierten Projekten, deren Ergebnisse leichter und schneller messbar waren und bei denen man nachhaltig Geld verdienen konnte. Wie zum Beispiel die letztlich erfolglose Ausrottung der Malaria. Und parallel zur zunehmenden Ökonomisierung von Gesundheit und dem Verlust von ganzheitlichen, nachhaltigen medizinischen Anliegen kam es zu einer weiteren Entwicklung, die nun mit dem neuen Pandemievertrag und den internationalen Gesundheitsregularien totalitäre Züge annimmt. Der Abnahme der Internationalisierung der WHO, also des gemeinsamen demokratischen Agierens mehrerer Nationen, hin zur Globalisierung, also des Nivellierens von nationalen Grenzen, Stichwort Global Health, die eine alleinstehende Machtstruktur benötigt, um die Ziele von oben nach unten global durchzusetzen. Diese Tendenzen hinsichtlich von Technik geprägter, kurzfristig angelegter, auf die Ausmerzung von Symptomen zielende Gesundheitspolitik und damit direkt verbunden der Ökonomisierung von Gesundheit und der totalitären Kontrolle und Manipulation von Gesundheit, konnte man gebündelt während der Covid-Pandemie beobachten, wenn man es denn konnte und nicht in Angst und Panik erstarrte. Auch hier dürfte die WHO als oberster internationaler Instanz in Sachen Gesundheit federführend gewesen sein. Die meisten Nationen machten mit und die Industrie profitierte in einem noch nie dagewesenen Ausmaß vom Leid der Bevölkerung. Ich rufe an dieser Stelle die mechanisierten, am realen Leben der betroffenen Bevölkerung vorbeizielenden Corona-Maßnahmen ins Bewusstsein, wie zum Beispiel Lockdowns, Schulschließungen und Social Distancing. Die Unmengen an Geldern, die erfolglos in den Sand gesetzt wurden, aber an anderer Stelle wie wundersam zu raschem Reichtum führten. Und die teils brutalen, menschenverachtenden Mittel, mit denen man insbesondere die Schwächsten der Gesellschaft, die Kinder, die Alten, die Armen und die Kranken, drangsalierte und Kritiker mundtot machte. Das hatte mit Gesundheit nichts mehr zu tun. Im Gegenteil. Bei genauer Sicht und insbesondere je mehr Zeit nach der Corona-Krise verstrichen ist, desto deutlicher werden die Fehler, die gemacht wurden. Und je mehr kristallisiert sich heraus, dass die Maßnahmen mehr gesundheitlichen Schaden verursacht, als verhindert haben dürften. Meine Hypothese als Psychoneuroimmunologe zum Thema Post-Covid, Post-Wag. Ich glaube, Post-Covid und Post-Wag, die in ihrer Ausprägung sehr ähnlich sind, sind bei aller biologisch-somatischer Problematik auch Traumafolgestörungen, wo sich der von der Gesellschaft zutiefst verunsicherte und verletzte Mensch letztlich selbst zu zerfleischen beginnt. Kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Geht es der WHO noch um Gesundheit? Wer jetzt angesichts meiner obigen Ausführungen reflexartig mit Nein antwortet, dem müsste eigentlich das Nein im Hals stecken bleiben. Warum das? Weil wir alle selbst Teil eines materialistischen Gesellschaftssystems sind, welches den Menschen weitgehend als Objekt, Ware und Maschine sieht. Und das wir durchaus an vielen Stellen unhinterfragt lassen, ja abnicken oder sogar gutheißen. Zum Beispiel das derzeit von der Schulmedizin geprägte Gesundheitssystem. Finden wir hier nicht bei genauem Hinsehen ähnliche Prozesse vor, wie sie typisch für die derzeitige WHO sind und für den Umgang mit Menschen während der Corona-Krise waren? Herrscht in der derzeitigen Schulmedizin nicht auch ein Überhang an Technik vor? Denken Sie an den fast schon ausschließlichen Gebrauch von Tests, Ultraschalluntersuchungen und bildgebenden Verfahren in der Diagnostik von Krankheiten. An dem fast ausschließlichen Einsatz von Medikamenten und Operationen, wenn es um die Behandlung von Krankheiten geht. An die systematische Vernachlässigung des psychischen, sozialen, kulturellen und spirituellen, insbesondere bei der Frage nach den Ursachen von Krankheiten. An die quasi nicht existierende Prävention von Krankheiten bzw. der Frage, was uns gesund hält. Und das, obwohl längst bekannt ist, dass die meisten chronischen Krankheiten sogenannte Zivilisationskrankheiten sind, zu deren Vermeidung der Lebensstil der Menschen verändert werden müsste. Denken Sie weiter an die Unmengen an Geldern, die vom medizinisch-industriellen Komplex an Krankheiten verdient werden, wohlgemerkt nicht an der Schaffung von Gesundheit. Die Gesundheitswirtschaft ist zum lukrativen Geschäft geworden. Profitgier geht im Zweifel über Gesundheitsinteressen schamlos hinweg und hat auch keine Angst vor überflüssigen Operationen, wenn sie sich gut abrechnen lassen. Und denken Sie schließlich an den üblichen autokratischen, wenn nicht autoritären Umgang von schulmedizinisch geprägten Ärzten mit ihren Patienten. Wo dem Patienten die Eigenverantwortung weitgehend abgesprochen wird, er zum passiven Rezipienten ärztlicher Leistungen wird, in teils totaler Abhängigkeit, erstarrt in Angst und Schuld, die ihm gerne dann eingeredet wird, wenn er nicht den ärztlichen Anweisungen folgen will. Wenn wir nun zum geplanten Pandemievertrag und den totalitär anmutenden internationalen Gesundheitsregularien Nein sagen, und wir müssen das dringend tun, alternativlos, dann sollten wir konsequenterweise endlich auch zu dieser Form von Schulmedizin Nein sagen. Denn die Medizinideologie, wie wir sie kennen, wird von der WHO symbolisiert, vertreten und exekutiert. Ja, sie ist die WHO. Ansätze für Gegenbewegungen zum schulmedizinischen Mainstream mit seinem mechanistisch-reduktionistischen Menschenbild und dem damit einhergehenden Ausverkauf des Menschlichen gibt es in der Medizingeschichte immer wieder. Auch bei der WHO. Als zum Beispiel die Ottawa-Charta 1986 von Sozial- und Gesundheitswissenschaftlern aus Deutschland und Österreich formuliert und von den WHO-Mitgliedsstaaten beschlossen wurde. Ausgangspunkt waren die 1978 auf der Grundlage der Deklaration von Alma-Ata zu den in den Primary Health Care Aktivitäten erzielten Fortschritte, das WHO-Dokument Health for All in the Year 2000 sowie die bei der WHO geführte Diskussion zum intersektoriellen Zusammenwirken für die Gesundheit. Die WHO war längst schon von Kapitalinteressen der Stakeholder wie Weltbank und Rockefeller Stiftung unterwandert beziehungsweise übernommen und die Ottawa-Charta war so gesehen eine Art letztes Aufbäumen jener Kräfte in der WHO, die die Gesundheit noch im Blick hatten. So in etwa, wie sie in der eingangs dargestellten Definition der WHO 1948 formuliert wurde. Nur ging die Ottawa-Charta weiter und sprach von transnationaler Gesundheitsförderung. An dieser Stelle möchte ich dem Arzt, Präventologen und Freund Ellis Huber danken, der 1980 den ersten Deutschen Gesundheitstag in Berlin organisierte, von 1987 bis 1999 Berliner Ärztekammerpräsident war und der mich nochmals eindringlich auf die Ottawa-Charta hinwies. Gesundheitsförderung im Sinne der Ottawa-Charta sieht Gesundheit als wesentlichen Bestandteil des alltäglichen Lebens und nicht als vorrangiges Lebensziel. Grundlegende Bedingungen und konstituierende Momente von Gesundheit sind Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Ökosystem, eine sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Gesundheit wird damit zu einem möglichst weltumspannenden Kulturgut, welches durch eine multinationale Anstrengung gefördert und auf allen Ebenen und in allen Politiksektoren, also nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Wirtschaft, der Bildung usw., täglich vertreten werden muss. Gesundheitsförderung im Sinne der Ottawa-Charta wird nicht von oben nach unten autokratisch, diktatorisch verordnet, sondern mit sozialen und finanziellen Mitteln demokratisch begleitet, wodurch Gesundheit im Rahmen konkreter und wirksamer Aktivitäten von Bürgern in ihren sozialen Institutionen und Gemeinden, also von unten nach oben, realisiert werden kann. Den Menschen soll ermöglicht werden, selber als eigenverantwortliche Träger ihrer Gesundheit zu fungieren. Und der Medizin und anderen Gesundheitsdiensten soll dabei die Aufgabe der uneigennützigen Unterstützung zukommen. Gesundheit schaffen ist ein lebenslanger Lern- und Entwicklungsprozess, der sowohl in Schulen wie auch zu Hause, am Arbeitsplatz und innerhalb der menschlichen Gemeinde gefördert werden muss. Die Ottawa-Charta wurde 1986 erstellt. Heute, fast 40 Jahre später, sehen wir von dieser Gesundheitsinitiative der WHO kaum etwas und es überwiegen ganz offensichtlich totalitäre Entwicklungen, die die humanistischen Werte mit den Füßen treten und zur Überlebensstrategie der kapitalistischen Interessen geworden sind. Und nun, zum Schluss, ein letztes Mal zur Ausgangsfrage. Geht es der WHO noch um Gesundheit? Ich würde nun eher die Frage stellen, geht es den 194 Ländern, die Mitglieder der WHO sind, ja geht es uns selbst überhaupt um Gesundheit? Der reduktive Materialismus als Menschenbild, der westlichen und zunehmend auch der östlichen Welt und damit verbunden die nahezu religiöse Anbetung des Geldes, hat uns alle mehr oder weniger fest im Griff. Anstelle also die WHO und insbesondere einzelne Protagonisten der WHO und von bestimmten Stiftungen zu dämonisieren, sollten wir uns alle mehr bemühen, Einsichten in die strukturellen Bedingungen unseres Lebens zu gewinnen. Oder noch besser, uns selbst erkennen lernen, bevor es die anderen tun. Stichwort Soft Power, um uns letztendlich im Sinne reduktiv-materialistischer Machtinteressen zu manipulieren und zu missbrauchen. Geschehen im großen Stil in den letzten drei Corona-Jahren. Um wieder zurück zur WHO zu kommen. Es sollte also bei uns Kritikern und Gesundheitsaktivisten im oben genannten gesundheitsförderlichen Sinn eher um die autonome und selbstbewusste Gegenstrategie gehen. Das heißt, mit unserer nationalen, demokratisch gewählten Regierung und gemeinsam mit den 193 anderen internationalen Regierungen, die WHO im Sinne der in der Ottawa-Charta formulierten Gesundheitsförderung gestalten und damit mit aller Kraft die Gesundheits- und Sozialwirtschaften in eine Gemeinwohlökonomie transformieren. Sie hörten, geht es der WHO noch um Gesundheit? Von dem Psychoneuroimmunologen Prof. Christian Schubert. Er ist Universitätsprofessor an der Universitätsklinik für medizinische Psychologie der Medizinischen Universität Innsbruck. Sprecherin Eva Schmidt. Der Beitrag ist im demokratischen Widerstand Nr. 173 nachzulesen. Mein Name ist Carsten Troeke und ich wünsche den Hörern einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann sie den Beitrag anhören.